Kennen Sie schon das Arztportal? Die Online Plattform für Ihre Hausarztpraxis? Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen des Arztportals für Ihre Praxis und erfahren Sie, warum es sich hierbei nicht nur um eine weitere Online Plattform mit neuen Anmeldedaten handelt. Mit dem Arztportal sparen Sie Zeit und können flexibel auf Informationen zugreifen. Sie erhalten z.B. sämtliche Dokumente rund um Ihre HZV-Teilnahme wesentlich früher als per Post. Außerdem stehen Ihre Dokumente rund um die Uhr zum Abruf bereit und können nach dem Download einfach und bequem auf dem Rechner abgelegt und gespeichert werden. Durch eine Funktion zum automatischen Import der Teilnahmeinformationen Ihrer HZV-Patienten in die Praxissoftware können Sie kostbare Zeit sparen. Melden Sie sich noch heute im Arztportal an und nutzen auch Sie die Vorteile. Öffnen Sie hierzu die Webseite www.arztportal.net und gehen Sie auf den Anmelde-Button.